Die schlimmsten Befürchtungen sind nicht eingetreten. Dennoch hat Hurricane Milton im US-Bundesstaat Florida für Zerstörung und Überschwemmungen gesorgt. Mindestens 4 Menschen kamen durch Tornados ums Leben, die der Sturm ausgelöst hatte. Mittlerweile hat sich Milton abgeschwächt und ist in Richtung Atlantik abgezogen. Doch die Behörden warnen, dass die Gefahr noch nicht gebannt ist. Nach und nach wird an der Westküste Floridas ist das Ausmaß der Zerstörung sichtbar. Als Hurricane der Stufe 3 trifft Milton gestern Nacht südlich von Tampa auf Land. Der Wind drückt Boote landeinwärts, zerstört Häuser, kappt Stromleitungen und bringt v.a. jede Menge Wasser. Vielerorts sind Menschen auch heute noch von den Fluten eingeschlossen. Die Retter ununterbrochen im Einsatz. In weiten Teilen Floridas wurde der Notstand ausgerufen. Es war verrückt, als wir im Auge des Sturms waren, war da kein Wind, kein Regen, nur Ruhe, gespenstisch. Dann wurde es noch schlimmer. Die Wände haben sich gebogen. Wir wussten nicht, wie wir das schaffen. Ich bin nur froh, dass wir raus sind in Sicherheit. In St. Petersburg fegt Milton das Dach dieses Baseballstadions hinweg. Eigentlich sollten dort Helfer übernachten. Und der Hurricane löst immer wieder Tornados aus, bei denen mehrere Menschen ums Leben kommen. Mehr als 120 Tornado-Warnungen gibt Florida gestern heraus. Und dennoch, sagt Floridas Gouverneur, die befürchtete Katastrophe ist ausgeblieben. Dieser Sturm war heftig. Aber zum Glück ist das schlimmste Szenario nicht eingetroffen. Der Sturm ist abgeschwächt, bevor er auf Land traf. Und die Sturmflut war nicht so hoch wie zuvor bei Hurricane Helene. Erst vor zwei Wochen war Helene hier durchgezogen. Milton bringt erneut Wind und Wasser, lässt Stromtransformatoren explodieren. Noch immer sind mehr als drei Millionen Menschen ohne Strom, viele ohne Trinkwasser. Weil wir uns auf das Schlimmste vorbereitet hatten, können wir nun so schnell reagieren. Die größten Schäden haben die Tornados angerichtet. An der Ostküste Floridas gilt noch immer Hurricane-Warnung. Auch die Gefahr durch Tornados noch nicht gebannt. Aus St. Augustine im Nordosten Floridas ist uns jetzt Sarah Schmidt zugeschaltet. Wie sieht es denn aktuell bei Ihnen aus? Ja, ich stehe nördlich von den Gebieten, wo diese Tornados gewütet haben und wo Menschen gestorben sind. Und hier ist die Lage noch etwas angespannt. Das sagte mir die Polizei, die hier hinter mir steht und die gerade diese Straße absperrt. Denn hier kommt jetzt langsam das Wasser. Hinter diesen Palmen, da ist ein Fluss. Und von dort drückt das Wasser hier hoch. Im Moment ist es sicher, hier zu stehen. Das habe ich extra gefragt. Aber in wenigen Stunden könnte das Wasser so hoch stehen, dass es mir bis zur Brust stehen würde. Und deshalb ist die Polizei hier vorsichtig. Und hat die Straße abgesperrt. Hier kommen immer mal wieder Anwohner oder Menschen, die in diese Straße reinfahren wollen. Und da sagt die Polizei, ja, sie können fahren, sollen aber langsam fahren. Eben habe ich Leute beobachtet, die hier Fotos machen. Also es ist ein bisschen eine Lage zwischen Neugier, aber eben immer noch angespannt, weil die Gefahr noch nicht gebannt ist. Lässt sich das Ausmaß der Schäden denn schon absehen? Nein, noch nicht so richtig. Gerade eben vor wenigen Minuten kam jetzt eine offizielle Bestätigung, dass es mittlerweile zehn Tote geben soll, so von offizieller Seite. Das Problem ist, dass ja viel Infrastruktur zerstört worden ist durch diesen Sturm. Und dass deshalb noch gar nicht so richtig abzuschätzen ist, wie viele Häuser zerstört worden sind. Das wird sich erst in den nächsten Tagen oder vielleicht auch Wochen zeigen. Vielen Dank, Sarah Schmidt in St. Augustine.